Amtski, genau, wie wir sehen. So, haben wir auf jeden Fall schon einiges weggeputzt für unsere Kollegen. Ja, man spielt es hier auch mit ganz anderer Taktik als zum Battlefield oder Modern Warfare. Weil Battlefield, Modern Warfare, da versteht man sich nicht mehr. Oh, wo sind die? Na oben sind sie doch, die gesamten Schweine. Komm auf der linken Seite raus, mach auf der linken Seite raus, und, und, und? Also, ja, irgendwo muss der ja sein. Ah, die wollen ja auch angreifen. Ja, das war jetzt keine Glanzleistung, aber das habe ich ja schließlich noch nie getan. Ach, komm. Nun, gut, das war, wie gesagt, nicht die Glanzleistung. Kann man jetzt aber mal nicht mehr überfahren. Mann, jetzt höre ich dir aber auch nicht auf. Ja, komm, das wird zu nichts. Das führt einfach zu nichts. Ah, da haben wir einen deren Schiffe. Hoffentlich kommen die einfach mit. Weil ich glaube, so schnell. Komisch, hier ist eine Energiebarriere vor, aber die ist jetzt auch optisch dicklariert. Also, die sieht man auch. Hm, da haben wir wieder aktive Tarnung. Aber wir haben ja noch nicht genug Gegner, dass ich finde, dass sich das lohnt, die zu nehmen. Nämlich gar keine. Haben die Kumpels, die kümmern sich ja schon um die anderen Paar. Hallo, Schiff. Das ist bunt. Sind da wieder neu irgendwo rausgekommen? Ach komm, wir nehmen jetzt die Tarnung. Acht, da war ein dickes Schild. Oh, 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 ok, so Weg von mir! Na also. Juhu! Ja, seh ich genauso mein Freund. Einmal richtig schön und wie sind meine ganzen Kollegen schon wieder alle tot? Offensichtlich. Das ist keine gute Taktik, ich muss die Taktik weg. Ach die ist leer, mein Gott, ich denke warum lädt die Knarre nicht auf? Ja, eben eben mein Freundchen. Ja, seien sie doch von mir aus da oben verrätten. Ist mir jetzt inzwischen egal, ich will jetzt hier weiter. Schon wieder alle Kollegen tot, die brauchen einen Termin. Na ja, komm schon. Müssen wir hier? Boah, ist gerade richtig die Hölle los, sehe ich ja jetzt erst. Warten wir erst mal, dass unser Schult sich wieder regeneriert hat. Also hier ist doch nicht einfach nur... Ach komm da! Ach! Komm her man, hier, du kriegst ein kleines Andenken. Ah, das war natürlich beides Mist. So. So. Okay. Ne, also das muss irgendwie besser laufen. Das war jetzt ziemlich viel Zeit für nichts, leider Gottes. Komm, jetzt mal suchen wir die jetzt richtig snappern, nur für die da oben zu bewahren. Oh, unser Schult ist ja schon wieder komplett down. Erfassen Sie mein Signal und beenden Sie sich zu schnell tief. Auf der Steuerbordseite des Schiffs ist ein Fährenhang. Oh, ich freue mich. Also ich hätte es mir irgendwie einfach in Erinnerung. Jetzt ist natürlich auch noch unsere Energie voll down. Das ist alles andere als wirklich toll. Aber das hat doch super ausgereicht. Jetzt muss ich wirklich mal einen guten Platz finden, damit ich die Ganze von da oben erschließen kann. Ist das alles was du drauf hast? Du Mist! Aber die gehen dann echt auf die Nerven. Oh, was ist das? 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 Verdammte Blut. Gibt es hier gar keinen Durchweg, sodass ich irgendwie nach oben komme? Ich meine, da war doch irgendwie sowas. Und zwar nicht erst nachdem ich 100.000 Gegner platt gemacht habe, sondern relativ schnell. So, hier geht jetzt was auf. Dann gehen wir nach oben. Ach komm! Ne, also ich merke, morgens spielen ist überhaupt nicht meine Zeit. Hier lag doch noch irgendwo eine aktive Tarnung rum. Ach ja, die Tarnung ist ja immer noch das Schild. Lieber ja Gesangsverein aber auch. So, wir haben sogar noch ein überlebenden mit bei uns. aber kann doch nicht sagen ob da immer wieder mehr kommen jetzt hat es auch noch unseren letzten erledigt also den sehe ich nämlich zumindest nicht mehr auf der karte ja 24 schuss eingesammelt ist ja ganz toll ganz großes kino so jetzt muss ich echt darauf achten von woher kommen die denn sollten uns auf jeden fall irgendwie hier so in deckung halten ich hoffe mal das ist überhaupt der weg ich glaube nämlich ehrlich gesagt nicht ich glaube das ist einfach nur ein spawnpunkt für die gegner und wenn ich jetzt hier lang gehe komme ich nicht wirklich weiter jup das dachte ich mir nämlich es ist also ein weg den man gar nicht gehen soll ja los wo seid ihr denn also die haben wir alle direkt über mir ich höre doch ein bisschen der kleine kommt da jetzt schon wieder ein riesen mob an da stimmt doch irgendwas nicht das ging doch mal ich bin da nicht auf das meine das waren nicht zu viele gewesen da granate sogar vor die nagel überhaupt habe ich das gefühlt hätte ich wieder 500 gegner um mich herum hier ganz ganz schlecht ist ganz ganz schlecht gerade schild 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 jawoll schild ist wieder da ohne quatsch das ist so einfach nicht richtig es gab zumindest ein ablöse und da sind wir auch schon wieder zu einer nächsten aufnahme session ja die letzte die ging nicht ganz so lang weil ich mich doch ein bisschen sehr aufgeregt habe sagen wir es mal so vorsichtig ausgedrückt ja wie schon jemand in den comments geschrieben habe leider hat es mir nicht den namen gemerkt gehabt man sollte nicht immer so mit dem kopf durch die wand er hat vollkommen recht das gibt kein gutes ergebnis das bedeutet also wir werden uns jetzt erstmal mehr im hintergrund halten und versuchen ein bisschen von der ferne die gegner fertig zu machen weil das ja doch wirklich sehr sehr nervig war muss ich sagen ungefähr da schon jetzt wer weiß wie oft zu sterben das fand ich irgendwie alles andere als prickelnd so deswegen lasse ich mir jetzt richtig schön zeit hier auch so ein bisschen bisschen das schild behalten weil es ja doch noch sehr sehr gefährlich wird hier was heißt gefährlich ist auch zu viel gesagt aber einfach ist was anderes sagen wir es so wo ist denn die letzten jetzt vermisse ich die auch noch ja wir haben wieder morgen eigentlich wollte ich das schon gestern abend gemacht haben allerdings wird das alles doch ein bisschen sehr sehr spät und ja sagen wir mal das macht man so einfach nicht so das ist keiner aber ach herr jemini wo haben wir denn die ganzen gegner mein kompatron lebt auch noch ist das ein medikit medikit das nehmen wir erstmal direkt er stirbt doch selbst ach das ist gar nicht mein kompatron lebt mach ich die lieber morgens immer so eine kurze aufnahme session mach ich die lieber morgens immer so eine kurze aufnahme session morgens dann hab ich ja ein ruhiges gewissen denn ich kann mich ja schließlich einfach so sitzen lassen und ich mag das stört mich schon ach schade das war ja einer so das war ich noch ein von den roten eliten da müsste man irgendwo da oben abhängen wenn ich den nur sehen würde ja 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 bleib doch mal stehen bleib doch mal stehen blödes mistvieh so hier müsste ich den jetzt gleich sehen können oder aber auch so schön gewesen wenn es so einfach wäre so ich bin echt mal gespannt ob ich diesmal weiter kommen werde oder ob ihr doch heute auf eine folge leider verzichten müsst aber ich glaube nicht nee nee das machen wir heute selbst okay aber selbst wenn ich versage irgendwas muss ich ja schließlich machen ich denke mal wie ihr noch selbst in dieser folge noch quasi noch von der letzten aufnahme session sehen könnt bin ich da schon ein paar mal drauf gegangen das hat sich auch ein paar mal wiederholt das hat mich dann richtig schön gestört weil einmal kam ich keine zwei schritte weit dann kam ich wieder bis fast zum ende und dann ach es war einfach nicht schön sagen wir mal so ich habe mir nur noch ganz böse wörter über das spiel gedacht so und einfach ausgemacht weil mir einfach auf den sack ging so jetzt bin ich mal gespannt irgendwas scheint aber jetzt auch nicht zu stimmen ich glaube ich muss irgendeine position erreichen damit gewisse gegner auftauchen werden das schild ist auch nur noch im rotbereich nicht mehr im grün also hat mich auch irgendwas getroffen warten sie ich greife auf das gefechtsnetz der allianz zu und suche einen umgehungscode zum tür öffnen ich arbeite daran ja vom wegen vom wegen dann machen wir jetzt schön in ruhe hier ach da gehen mir auch die schüsse aus die möchte ich jetzt lieber ja komm her komm her komm her ach geht doch oh oh ich hab mich da erwischt ach das ist doch Mist das ist doch Mist ein ganzes Schild schon wieder runter haben wir vielleicht noch irgendwo was zum hallen ne leider Gottes nicht ach ok 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 gut aber nichts was wir nicht hinkriegen können da dachte ich mir bin ich mir immer so cool mit dem Master Chief Bresch einfach durch wie man so schön geschrieben hat mit dem Kopf durch die Wand ganz langsam und auf Nummer sicher gehen der Munition ist wichtig bei der Sniper so sonst ja ach da gibt es doch nicht habe ich tatsächlich noch verfehlt ich